Liebe Freunde, da habt ihr das gesehen. Wanderwitz, der völlig verrückte Wanderwitz, fordert jetzt ein komplettes AfD-Verbot. Und ich sag Ihnen, warum er das fordert. Er hat einen Brief an seine Unionskollegen geschrieben. Die haben Angst, die haben richtig Angst, weil während sich Wanderwitz und seine ganzen Kollegen in die Sommerpause verziehen und irgendwo am Strand liegen, sind wir hier vor Ort bei den Bürgern, heute in Wingen am Rhein, hier im Wahlkreis unterwegs, kümmern uns drum. Nehmen neue Mitgliedsanträge entgegen. Es ist eine super Stimmung. Die Leute wachen auf. Immer mehr Leute sagen, sie werden zum ersten Mal AfD wählen. Und lieber Kollege Wanderwitz, Sie können sich schon mal ein Erdloch vergriechen. In den Bundestag kommen Sie mit Sicherheit nicht mehr. Der ganze Osten wird Sie rechtzeitig rausschmeißen und auch hier im Westen kriegen Sie keinen Fuß mehr auf den Boden. Die AfD ist nicht zu verbieten. Wir werden immer stärker und wir werden in Regierungsbeteiligung kommen.